Drei, zwei, eins, ein! Jaaaas! Ich schieke die Kong und es geht schon los! Beide werfen sich erstmal ab mit einer Menge Projektile. Bei dem Banana Trip tatsächlich relativ wenig lag, bevor man schon eine Gelder Offshore schusen kann. Oh! Oh! Und der Flipkick! Ich hoffe Sie haben das Leben da er nicht schnee. Oh, so he jumped it. Scheiße, da holt er zu viel. Zack, forwarders, forwarders! Bam! Oh, und da holt er auch ein bisschen viel. Die Suicide, der war nur ein Suicide. Uiuiui. Here comes the damage. Oh, even Steven ist das hier. Didikon, wieder in der Lead. Aber, oh, even Steven, alter. Zerstört die Banane mit der Ferne. Bring ich ihn offstage. Nice Abwehr auf die Mankflip. Zang, offstage ist der Hase. Zerstört. Oh, Skiddy. Uiuiuiui. Die auch schon covered. Nicer Erdefried. Aber kein Kill. Bouncing Fisch schon zugestellt. Diesmal allerdings das Game. Tornel City ist gebannt, habe ich gehört gerade. Ich bin gespannt, was wir sehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf Belkin, ja. Final Destination. Kein Wunder, kein Wunder. Nieder. Needle sind gecharged, Banane ist auf dem Feld. Forward for Bouncing Fisch. So nieder. Startings pro Sender. Uuuuh. Snatch sich die Banane. Das war frech. Zack, VDS. Zack, noch mehr VDS. Diese Wand ist unapproachbar. Boah. Die richtigen Hiche, aber nicht ganz. Alter. Ganz schwierige Situation für den Hase im Moment. Aber da ist die Stay Control, das ist das Wichtige. Needles. Jetzt geht die Banane auf den Dash Tag. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt geht die Dash Tag mit Banane um zu landen. Boah, das reicht noch nicht. Der war uns im Fisch noch nicht genug. Trotz Blitze. Uiuiui. Geht für den DI-Crosser. Kann einfach rausjumpen. Lief noch nicht um die Kills. Uuuuh. Surfer packt ihn aus Stage. Aber... Das wird dein Stock sein. Rage Assist. Wenn er gegen Banane gewinnt. Uh, schöner Trump. Schöner Down-Tilt. Ah. Aber die Kurzeine scheint vorbei zu sein. Wo das True Commode. Das zerstört die Banane mit Down-Air. Und kommt ohne Leicht davon. Selber. Aber hier ist ihm lautet seine Führung aus. Mit jeder Menge. Forward Ass. Grabs. Up Ass. Ei, ei, ei. Uuuuh. Das ist schon 80 Damage. Hier. Wie das so weitergeht. Das schickt bald schon wieder in Kill-Prozenten hier. Ah, schickt mit der Banane. Kann sie da was draus machen? Nein. Uh. Zu. Zum Lieder eher dort. Ein bisschen. Aber die Becker wird es dann auf 186% nochmal noch tun. Und die Banane. Oh, diesmal nicht. Schöne die Ei auf der Erde. Sehr schöne die Ei. Sie hat Probleme mit Rage. Ihre Kombos im gleichen Auszug in die ohne Rage. Was echt Blödes für sie, wenn sie Comeback starten will. Ui. Das hätte es schon gut gewesen sein können. Aber noch hat sie den Stock. So, dann geht immer was. Jetzt geht ihr das noch klatschen. Es wird schwer. Uh. Schöne Down-Air. Hier wird die Banane genutzt, um das Landing Lake zu minimieren. Halt auf den Aerotrower. Macht nichts raus. Backthrow auch schon bald am Killen wahrscheinlich. Peanuts. Nervig. Und das könnte sein. Nein, noch nicht. Die kommen einfach nur am Leben bleiben und die Wiebe halten. Aber, uh ja. Der Flipkick. Der Flip. Und die Flip. Grab. Nimmt den Stock. Keine Charakter-Counterpicks. Aber... Wir werden sehen, wo sie hingehen. Ich glaube, Final Destination wurde gebannt. Ich bin sicher. Hier. Ich bin einfach auf Battlefield. Das ist nicht gut gehört. Oh Gott, probieren wir den. Wo will Skitty das Game tanken? Lylat Counterpick. Hashtag BenLylat. Wieder eine Menge Fears zu Beginn des Spiels. Aber... Ein GD-Con-Grab bleibt jetzt fast aus. Skitty gar nichts mit Stage Control, das ist gut. Weitere Fairs, Bounded Fish. Was kann er daraus machen? Uh, 75 Damage schon, das ging schnell. Bereadet den Aracher, aber kriegt den Tipper leider nicht. Kriegt den Vanishing, aber killt auch noch nicht. Sehr, sehr solide Lead hier. Von Skitty. Bikong mit Banane. Grab. Einige Bananen. Da unten geht echt Wellerschön jetzt doch. Nehmt irgendwie ganze harte Arbeit wieder ab. Iyiuiui. Das Telekom mit hohen Prozenten, aber... stirbt einfach nicht. Ah. Stecken nicht genug. Schöner bei uns ein Fisch. Catch den Mann-Flip. Schau, der ist in beiden Reaktieren natürlich sehr stark. Das Walling-Game. Wir sind uns wieder im Nucle. Und in ziemlich evenen Prozenten. Das kann sich jeder holen im Moment. Schöne Conversion. Was geht die? Keine Panische bekommen. Wurde gepunischt mit dem Asmash. Keine Panische übernahe. Wir versuchen einen Hit zu flanken. Und ihn irgendwie zu verlängern. Aber das war alles. Mit Trades und Wisp. Oh. Even season. Schiek haben wir nicht wieder. Wenn einer. Sanft liebt. Haben sie da was gefahren. Oh. Schöner Re-Reverse von Dilikong. Näher an Schiek zu landen. Rausch die Acker. Dilikong definitiv in vier Prozent. Aber. Schiek auch. Das war das Set. Und. Bisschen advanced. Ins Bracket.